Ich hab hier einen Reifen rausgeschossen Als wenn die einfach nur Stress so Jaja Ja ich seh die Einer hat ein Headdy glaube ich bekommen Ohja noch ein Headdy Ah das ist ärgerlich Das Auto genau Kann das Auto kaputtschießen Ah das bringt nichts Schade ey der hat einen guten Head Ich geh links runter Ja nochmal ausgenockt gerade wo ich ihn holen wollte Kannst du sie abschießen irgendwie Ja ich hab den jetzt in den Kill bekommen Meine letzte Kugel 5 und 6 Jetzt geh ich mit der Shotgun rein Mit der Shotgun Ich hab auch nur noch 12 Schuss jetzt hier Der piekt aber auf mich Also der will mich haben Er hat mich einmal getroffen Weiß nicht was für ein Unheil hier ankommt Zu ihm Ich versuche ihn zu noten Ich glaub das ist gut Hab ihn Hab ihn Nice Ich hab sogar noch seinen Schuss nachdem er gestorben ist gehört Wird gleich was von Puccini gekommen wenn ich mal Du sagst gleich Ich war heute irgendwie mindestens 2 Minuten außerhalb der Zone Und bin dann noch auf 3 Leute gestoßen Die außerhalb der Zone waren Und noch versucht haben rein zu kommen Auto kommt Ich hab leider keine Waffe für die Range Was machen die denn Was machen die denn Oh die machen einen Unfall Sauber Leifen zerschießen Ne Jetzt passt ja Oh die M16 trifft ja gar nichts mehr Distanz Noch ein Auto Hinter uns Nördlich die kommen auf uns draus Bleiben wir stehen sogar Bleiben wir stehen sogar Oder ne ich fahren weiter Doch die bleiben stehen Ja ich komm gerade ich bin hinter dir Oh je der Rechts ist noch ein Auto und lebt noch Jetzt nicht mehr Was Jetzt wieder die anderen Oh Gott Ausgenockt Oh Nice 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 Dieser fucking M16 Ich habe ihn erstmal gekillt Den einen Ganz hinten Ich habe ihn erstmal gekillt Den einen Ganz hinten Nice Dann hat er wieder einen Hit Liegt im Busch Heiz ich jetzt gerade Oh man meine M16 Sie wäre einfach nicht Jetzt Diese Waffe ist so scheiße ungenau Wir müssen Oh wir müssen einfach mal in die Gesamt andere Ecke der Map Sauber Die zwei kommen vom Sumpf Süden Ich glaube die müssen wir raushalten Oh Hab wieder ein Handy kassiert Hehehehe Shit ey Ich sehe ihn leider nicht Das ist ihm 185 So ein bisschen halb drin Beim Sumpf Aber der muss jetzt gleich rauskommen Ah ja ich sehe ihn Der läuft gerade Hat einen Hit Noch ein Hit Es knocked Der andere ist rechts daneben Auch ein Hit Ich habe den erstmal gefinisht Den Typen Hast du gerade versucht Mit der Mikro-Ozi Auf den zu machen? Ja Hast du sieben Amunde noch? Ich bin dann eine Kugel Ja warte hier Hier bei mir Hier bei mir Genau beim Busch habe ich die gedroppt Ja Hinten beim Sumpf Hinten beim Sumpf sind Leichen Also eher so an der Ridge da Der von hinten wieder Ich glaube den müssen wir noch fertig machen Ah ja am Baum ist da Hat einen Hit Zwei Hits ist down Nice On fire jetzt Hehehehe Da wo ich vorhin gecallt habe Der looted gerade Drei Hits Äh zwei Hits Da sind zwei Leute Auch bei diesem Busch Da war War einer noch Weißt du wo ich meine oder? Ja ja ich habe gesehen Ist noch rechts weggelaufen Ich habe es nochmal markiert hier nochmal Sehen halt wirklich noch viele für den Kreis irgendwie Ah hinten im Satellitenhaus ist auch einer drin Die müssen übrigens gleich vor Wir können die gut abfangen Ja die pieken gerade Unten bei dem Wo ich markiert hatte Ja Jetzt läuft einer vor Ne der looted nochmal Zwei Hits wieder Drei Hits Oh wir müssen dann auch vor ne Oh Ja ich überlege schon einmal Zu diesem Kompon hier laufen vorne Weil im Moment piekt uns noch keiner von dort Stimmt ne Wenn wir das dicke weiße Haus einnehmen Ja Weil dann werden die anderen in der Zeit Wahrscheinlich jetzt auch vor pushen Oh shit ey Das ist von ganz weit unten Drei Fünf Vorsicht Fahrzeug hier Ja Das brennt schon Das ist meine Range dann für die Vector Entweder nehmen die Bahnen oder das große Haus Das ist egal Ich würde hier das weiße nehmen Dann können wir die erstmal von Von dem Ding hier abfangen Ja die haben Oh die haben eine Aave Nummer 20, Nummer 25 Sehe ich ja Einer hat Gnock Der andere hat auch ein Headdy Aber Vorsicht der hat mich ausgenockt Ich hole dich erst Der ist auf jeden Fall nicht mehr in der Zone Der wird sterben Das heißt also der andere pusht instant ran Er läuft rechts Ja Nice Nice Okay Hast du Heilung Ich habe keine Heilung mehr Gibt es den Bandagen Oh shit nein Ich habe nicht mal mehr Boosts Wir haben auch bis jetzt keinen gelootet mehr ne Das ist ja das Problem Ja konnten wir auch nicht Oh es sind noch 10 Leute Also 9 Hier sind ein First Head um Ich frag das mal ein für später Meinst du das kaum verpackt? Ne ich habe gerade nebenbei noch mit jemandem geschrieben Wegen dem Game was ich ja nachzocke Glaubt ihr oben das First Head ne? Ja ich habe mich jetzt gerade in der Folge heilt Ja Oh shit Ist da einer oben? Da hockt halt einer drin Oh nein Ey das ist auch ein Witz Der bewegt sich keinen Meter Die ganze Zeit Den habe ich nicht mal steppen hören den Typen Ja der hat nicht gesteppt Der hat einfach nur gewartet Oh shit da kommen auch noch zwei ran Das wird jetzt ein bisschen blöd Oh shit Siehst du das eigentlich in der Cam Dass ich auch rausgescoppt werde? Ja ja Weiß nicht ob ich das Problem habe aber Ich hab's auch Oh nein Was gut ist die müssen alle zu dir kommen hier Ja Unten war der unten Unten hat der Gebicht Unten? Ok habe ich nicht gesehen Der ist schon gespielt Oben biegt nur einer glaube ich Denkst du? Ja Nice der Call Ja der schon Oho Haben wir es überlebt hier Shit man ich habe keine Heilung Vielleicht jemand First Head doch Das habe ich genommen ja aber das ist doch die einzige Heilung die ich noch habe Ne doch nicht das habe ich jetzt auch schon wieder Oh Gott ich habe noch Flashbangs Noch drei Smokes Der liegt da Ob ich den abschießen kann? Ne liegt da nicht Was? Da war sogar ein Headshot mit dabei Ja das andere Team ist halt unter dir direkt rechts Ja das ist einfach keine Ahnung Was ich jetzt machen soll Ich habe nur hier oben den Berg dann gleich Die sind unten im Haus drin wahrscheinlich Ja da Ok der ist knocked Sehr schön sehr schön Eigentlich habe ich hier eine ziemlich krasse Pose Ja ich habe es gesehen Ich war gerade am Nachladen Das war so mein Problem Schon wieder raus Ey der scoped mich die ganze Zeit raus Kann ich auch mal scopen? Sehr schön sehr schön Sehr schön sehr schön Letzten Bein da hinten Die müssen zu mir Da Ja Kein Helm mehr Oh er legt sich hin Ok und tankt einfach Was? 60 Tick Server by the way Okay Weiß kommt Oh nein oh nein Please Spoon Toes Toes hol ihn dir doch mal No Oh Gott Das war jetzt noch ein Krampf den zu holen Oh Die Gis